Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schminkvideo hier auf meinem Kanal. Wir testen heute zusammen die neue Catrice Kollektion Seeking Flowers. Einmal habe ich mir bestellt diese Lidschattenpalette, die war 7,95€, der Blush Stick 4,95€ und der Highlighter 5,95€, also so in der Dreher oder der 4,95€, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Zettel ist schon im Müll, sorry. Seeking Flowers, ja. Auf der Suche nach Blumen. Hier ist er dabei, die Lidschattenpalette, lila Farben, gefällt mir sehr, sehr gut. Hier haben wir auch 4 Glitzerdünnen und hier in der Mitte, der Blütenstempel ist auch ein Schemerton. Bei den Highlightern suche ich wirklich die Blume, aber das Packaging gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Und wir starten auch gleich mit dem Blush Stick. Den habe ich mir diesmal wirklich mitgenommen, weil der mich echt interessiert. Der ist zum Rausdrehen, der ist so marmoriert hier drin. Und hier unten haben wir hier so einen kleinen Pinsel oder kleinen Stempel, wie man das so sagt. Und da gucken wir mal, das tragen wir uns jetzt hier erstmal. Oh, vorsichtig auf! So, mal sehen, ob das so funktioniert. Lass mal den hier. Wow! Und das hier ein bisschen einarbeiten. Ich sag nur, Märchen im Zauberwald. Wer kennt dieses Märchen? Wow! Ordentlich, ordentlich. Aber mit dem Pinsel, da ist es schön weich, lässt es sich richtig gut einarbeiten. Ich glaube, die Seite ist so ein bisschen hier die Vorzeigeseite. Da sieht man es mit am besten. Oh, hier ist ein bisschen sehr gewagt, ne? Aber wir können ja das alles noch ein bisschen ausblenden. Ansonsten nehmen wir uns halt noch so einen anderen Pinsel. Ich nehme mal hier den Pufferpinsel. So, das war noch ein bisschen wegnehmen. Uiuiuiuiui. Die Seite ist... Sehr, sehr rot. Oh, guckt mal hier. Die Seite klappt gut. Ich muss mal meinen großen Spiegel hier nehmen, um zu gucken. Ja, hier ist halt ein bisschen übertrieben, aber macht nicht. Aber hier klappt das gut. So, dann setzen wir doch diesen schönen Highlighter. Schimmert gut. Kann man auch nehmen als Lidschatten. Jetzt setzen wir uns jetzt mal ganz vorsichtig hier auf die Seite. Also überall sind Spiegel drin. Und das tolle... Und das tolle... Oh, voll der Glow-Up. Als ob ich nicht schon genug glänze hier. Ich muss echt immer aufpassen mit übertreiben. Ja, ich höre lieber auf. Mir reicht es. Da glänze ich schon genug. Was ich richtig hübsch finde... Also, was hübsch hübsch... Also, es ist schön. Hier habe ich in diesem Spiegel... Deshalb ist halt der Schriftzug Catrice. Ist mal was anderes. Gefällt mir gut. So, jetzt zu dieser Palette. Wir tun erst mal das Auge setten mit diesem Grauton. Wo einfach mal jetzt ganz großzügig auftragen. Ein bisschen abmattieren. Bei der Farbe hier sehe ich ehrlich gesagt so gut wie nichts. So ein Taub. Aber wir gehen dann gleich in diese Blüte. Oh, es tut mir ja leid, die ein bisschen zu zerstören hier. Und... Oh, schön weich. Schön weich. Das ist so ein Alt-Rosé, so ein Rosenholz-Ton, wie ich es auch gerne als Lippenstift habe. Oder gern habe, ja. Und wir setzen uns das gleich mal hier so aufs Auge. Hier muss man vielleicht alles gleich mit ausblenden, weil so viel Auswahl ist hier nun leider nicht. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier hinbekommen. Ein dunkler Ton fehlt mir. Ja, da muss ich echt oft meckern. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Obwohl diese Blüte schon dunkel ist, aber nicht dunkel genug, um das Auge zu vertiefen. Und wir machen das jetzt mal so ein bisschen frei. So. So, werde ich das ja fast lassen. Ich nehme jetzt mal einen anderen Pinsel und ich tupfe mal in diesen Glitterton rein. Den tun wir auch gleich mal swatchen. Oh. Also die Farben sind so, also richtig schön weich, cremig finde ich. Und ich tupfe mir das jetzt mal auf den Pinsel drauf und versuche mir hier ein bisschen was aufs äußere Lid aufzusetzen. Naja. Es geht mit den Pinsel zum Glück. Aber es macht jetzt nicht so den Effekt. Ein richtiges Dunkles. Ein richtiges Dunkles. Man hätte ja konnt, anstatt diesen Blütenstempel, hätte man ja konnt auch mal was Dunkles machen. Hm. Weißt du, weil von so einer dunklen Farbe brauchen wir ja immer ganz wenig. Hätte man konnt, ja, einen dunklen Ton mit rein machen in die Palette. Also wie gesagt, das Packaging gefällt mir sehr gut. Aber Seeking Flowers, wie gesagt, beim Highlighter hätte ich mir gern gewünscht, dass auch so ein Blütenmotiv mit eingepresst wäre. Ja, aber leider. So, jetzt haben wir diesen schönen Orangeton. Den setzen wir uns hier vorne aufs Glied einfach mal mit auf. Ja, den Look kann man hiermit schon schminken. Aber wie gesagt, etwas Dunkles hätte ich mir halt gewünscht. Ist halt so. So, dann nehmen wir noch für das obere Lid diesen Farbton. Das setzen wir uns hier noch mit drauf. Der Unterschied ist nicht ganz so groß, wenn man das jetzt mit aufs Auge trägt. Man sieht einen kleinen Unterschied. Ich werde hier hinten noch mal schnell ein bisschen drüber zupfen. Ich meine, Catrice hat schon bessere Paletten gehabt. Aber wie gesagt, jeden Monat eine L.A. rauszubringen, ist auch allerhand. Auch die Designer das machen. Und wie gesagt, es muss ja auch die Leute ein bisschen catchen, dass man die Kaufsucht so auslöst. Vom Packaging her und von der Aufmachung her finde ich es echt toll. Gefällt mir gut. Farben, ja, sind auch in Ordnung. Also in den Look kann man gut schminken. Wie gesagt, ein bisschen einen kleinen dunklen Farbton noch wäre echt besser. So, oh ja, hier sehe ich schon wieder den Highlighter. Ui. Der erfüllt seinen Zweck. Mascara war diesmal, glaube ich, nicht mit dabei. Einmal Fixing Spray. Ich habe mir jetzt die Lift Up Mascara rausgesucht von Catrice. Waterproof. Wasserfest. Das Bürstchen ist so hier und da tun wir jetzt mal noch ein bisschen die Wimpern damit tuschen. Trotzdem finde ich das Make-up, ähm, was heißt, das Augen-Make-up relativ neutral. Ja doch. Also für mich ist es neutral. Für viele anderen vielleicht schon wieder zu viel. Aber das ist so, wo man sagt, hm, okay, die ist geschminkt. Also für mich trotzdem natürlich. Natürlich. Also natürlich geschminkt für mich. So wie sie mich halt alle kennen. Kann man damit auch noch auf Arbeit gehen. So. Das wäre jetzt mein Look. Ich hoffe, der gefällt euch. Ja, kann man so lassen. Also, dieser tolle Plastik guckt euch noch mal an. Hier, ich mache das hier mit diesen Bürstchen. Marmoriert. Der Highlighter. Moment. Ja genau, hier hätte konnte wirklich eine Blume mit drin sein. Das würde mir halt viel mehr gefallen. Ja, Packaging kriegt von mir eine Note 1. Ist absolut Frühling, vielleicht auch Sommer. Ist mit aufgegriffen das Thema. Palette 7,95 Preis ist ehrlich gesagt für mich unschlagbar. Wir haben hier Glitzertöne. Man kann ja auch einfache Augenmakeups machen, wo man bloß ein bisschen Glitzer aufträgt. Oh Gott. Ah, jetzt. Jetzt ist mir noch was eingefallen. Diesen güldenden Ton hier in der Mitte. Oh, den habe ich jetzt zerstört. Ja. Da kann man sich hier Inner Corner setzen. Ja. Mensch, habt ihr das nicht auch schon gedacht? Oh, Inner Corner einmalig wahrscheinlich. Ich habe diese Blume schon zerstört. Oh, muss man echt vorsichtig sein. so, jetzt ist der Look perfekt. So, das war mein Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like, dein Abo. Ich hoffe, ich bekomme die Catrice Essence Sister Love Kollektion. Also ich teste auf jeden Fall beides, den Joker und Harley Quinn. Gibt es wahrscheinlich auch zwei Videos. Sobald ich es habe, schminke ich mich und lade das hoch und darauf seid echt gespannt. So, ich wünsche euch noch einen angenehmen Arbeitstag, eventuell ein schönes Wochenende später. Ich hoffe mal, dass das Wetter mitmacht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.